Ich hab keine bock Hallo lululululululule larlululululi Neufeilige Italy üblich START Ich hab keine bock No I have to was TONNA SektBall 어�le ich hier 1987 komm weg 어 ich soll es nicht machen wenn ich da aus wie in der vallejte steht Geyo das geht schon gut gobierno sicher nicht So oft, wie du mich gefragt hast, ob wir nicht jetzt schon eine Kiste für Gravel haben, wir haben fast kein Gravel, oder? Immer wieder mal, finde ich es halt. In der ersten Reihe ist keiner. Na gut, ich habe jetzt natürlich auch einige verbraucht. Hier sind schon mal drei im Viesisch. Cool. Nein. Ja, was will ich jetzt als nächstes machen? Du kannst mir helfen, ein Kissen zu sortieren. Ich will es ja nicht. Fuck you. Mir ist gerade was eingefallen. Was sind unsere Preuers? Hab ich die alle verbraucht? Anscheinend. In der Zeit, in der du mir nicht geholfen hast. Du hast zwei gemacht. Sollten noch da liegen. Achso, ja, wo werden die wohl sein? Gute Frage. Hey, die sind sicher nicht beim Neto-Stuff. Weißen wir nicht. Wo kommt das ganze Lieder her? Ähm, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ich habe es einfach einsortiert. Okay, der Wichser stirbt jetzt. Jetzt hat er sich wieder weggepeatet. Oh, Junge. Wenn ich dich finde. Alter. Knochen gehören noch. Ich habe gerne mal wieder Spaß in Minecraft. Verdammt, ich brauche noch zwei. Hey, was? Ne brauche ich nicht. Ne brauche ich nicht. Weg da. Jetzt habe ich den Craft-Efting-Tablet stehen lassen bei meinem Haus, oder muss ich jetzt gleich wieder umdrehen? Hä? Hä? Was bist du denn? Warum glaubst du auf mich schießen zu müssen? Das ist... Das ist ein Skelettsdorfbewohner mit einer Armbrust. Mich überrascht heute gar nichts mehr. Ne. Also, wow. Nee, ich sehe meinen Word-Burn schirmlich. Was sind denn die Scheiß-Eier? Da. So. Zack, zack. Das sind alle mal Werkzeug. Ja, würde ich schon sagen. Oh, ich los. Everytime the same stick. Werkzeug, Rüstung, Rüstung. Werkzeug. Waffe, Werkzeug. Oh, ich habe ja genug. Werkzeug. Voll. Okay, mein Turm hat jetzt alle Fahrstühle. Werkzeug, Werkzeug. Weißt du noch, welcher von den Axoloten eigentlich dir gefällt? Nee. Cool, aber hauptsächlich, du wolltest selbst einen haben. Ja, einfach das Wissen, dass ich selber einen habe. Mit meinen eigenen Händen aus seinem Leben gerissen. Seiner Familie entrissen. Genau. Also, wirst du jetzt oben oder wirst du jetzt oben rein? Warum packe ich Waffen unten rein? Egal, die Waffenkisten werden nicht sortiert. Einfach reingeballert. Nee. Was suchst du denn? Ich nehme ein paar Sachen raus, wo ich schon mal weiß, wo ich sie einrunden kann. Wo packst du Zepplinge, packst du zu grün, oder? Genau. Ich komme in die Kiste, grüne. Hast du ein Fernrohr? Ja, wir hatten... Er hat so scheiß fast tot, ich hab's die ganze Zeit angeschaut. Und sagt er so, ja, ja, auf einmal der Wai-Wai-Wai damit. Ja, ja. Jetzt haben wir das auch wieder gefunden. Das verlorene Fernrohr ist wieder zurück. Return of the King. Ja, wie gesagt, die Waffenkisten werden nicht so tierisch. Das ist mir sowas von egal. Warum behalten wir das Zombiefleisch eigentlich auch? Damit wir irgendwas wenigstens in unseren Kisten haben. Touché. Da waren auch nochmal vier Kopfer. Kannst du gerne oben reinpacken zum Braten, da sind dir noch genug drin, so ist. Oh, man braucht echt auf jeder Seite einen Vorstuhl. Ja. Oh Gott, wie viele Kopfer ist da denn der? Ja, lecker aus mir aus, Bruder. Heilige Scheiße, was haben wir gemacht? Hast du die weiße Wolle gebraucht? Hm? Die hab ich benutzt, ich hab mir welche gewohnt und benutzt. Wollt's nur wissen. Oh, Junge, ich hab drei Kisten geöffnet und in allen drei Lagen, in vier! In allen vier Lagen-Name-Tags! In allen vier Lagen-Name-Tags! Wollt's! 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 Ich war voll stolz drauf, weil ich letztens beim Schneiden gesehen! Die Endneier! Müsste irgendwo Endneier rumliegen! Ja, ja, die sind schon in der Mob-Drop-Kiste. Ah! Oh Gott, die Werkzeugkiste, Bruder. Die, no way, dass ich die sortier! Ne, weil der Holz war auf der Seite. Ah, Stompel! Warum haben wir so viele verschiedene Arten von Holz? Wir können das einfach, oder? Ja. Ist mein Glücksspitzak, oder hast du auch Glück? Äh, ne, aber ich nicht. Du bist eh nicht so weit weg. Warte, mit Anlauf, mit Anlauf geht das. Mit Anlauf. Warte, bist du immer noch auf Crack? Ja, aber ich glaube, es ist nicht mehr so stark. Zumindest kommst du mir nicht mehr so stark vor. Ne, du hast dich einfach bewusst dran gewohnt. Du brauchst jetzt eine Stärkere los. Gib mir meine Pillen! Ein Kerosin! So, da wäre, glaube ich, die letzte Kohle jetzt auch entfernt. Du, das meint, das habe ich auch schon mit dem Kupfer gemeint. Aber es kommt aus irgendeinem Grund immer mehr. Oh, deine Spitzakke liegt ja nicht auf dich, treffte ich auch nicht. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Waystones packe ich zu Stein. Hört sich gut an. Nautischale. Herz des Meeres packe ich mal zu den Mobs. Da ist noch ein Steinpfahl. Feders und Mobs, das ist Erz. Goldapfel. Nicht. Holz, nochmal Eisen. Nochmal Kupfer. Auf allen Zehn Trugen gefühlt TNT und Lapis verteilt. Gott, was haben wir hier bloß getan? Ja, wir sind... Sterne. Bücher und... Oh, das riecht da wohl noch mehr Kohle. Wenn ich die letzte gewesen sein, wie du hier findest. Ja, da ist auch noch Holz hier hinten. Und ne, oh, wie viele Settel haben wir denn? Das ist... Das hört nicht auf. Unsere Kisten werden immer mehr. Zumindest kommt es mir so vor. Da ist Jünger Kohle! Äh, dieser ganze Deep Slate Shit und so auch einfach zu stein, ne? Warum sind das jetzt zwei unterschiedliche Waystones? Oh, ja, wenn ich die Waystones schon nicht stacken kann, bekomme ich eine Armfolge, oder? Na, dieser... Hm, hm, hm. Ich habe noch Sex. Kuppa. Rückse Kuppa. Beste Zettel. Nein! Nee, ich bin ja. natürlich fehlt genau ein eisen klumpen um den ganzen bahn aus den scheiß zu stein stein alum captionen steinige stein願 steine gestein stein Stein, Stein, Stein. Stein. Oh Gott, hier ist ja noch Nether-Shield. So wie Grünzeug. Und noch mal Kupfer. Wuh, Kupfer! Und noch mehr Nether-Zeug. Das hört nicht auf. Und noch mal zwölf Goldblecke. Oh Gott, hier hinten ist ja auch noch alles voll. Ich fühle deinen Schmerz. I understand your pain now. Ich hab Bärenhaare. Krass. Ja, Süßbären zu pflanzen oder zu essen? Zu pflanzen. Die haben's nicht verdient, in der Kiste mit Essen zu sein. Hehehe. Was will ich denn mit nem fucking Soul-Fragment? Ich weiß nicht, ob es jemand mit dir machen kann. Oh cool! Eigentlich darf ich nur die Potscherei. Komm die neta Scheiss rein. So, Scaffoldings, keine Ahnung. Komm hier hinten. Hast du ne Spitzhacke? Eine? Ja, da vorne steht ein Block. Der muss weg. Oder ne Laterne, besser gesagt. Hier. Wo ist deine Spitzhacke? In der Küste. Wo ist denn die Laterne? Ah, da. Einfach n Block rein. Das ist nicht spezifisch. Das ist nicht spezifisch. Ah, so, das kommt zu Grüne rein. Ravancher Scrap kommt zu Mob Drops. Snops. Sind hier schon welche? Kann doch nicht sein, dass wir so viele Banner haben. Von den Fickern. Weiß es nicht. Wir haben jetzt zwölf Nauti Schalen. Weiß es nicht. Ah. Das kann man noch zu Grün packen, das Scheiss vorgenommen ist. Ja, deswegen kann ich wieder mal Kupfer nach oben hauen. Die Kisten hinten sind ja noch voll. Oh, da ist nicht genug Brennstoff drin. Scheisse. Warte mal, wo sind die jetzt? Wo hab ich sie? Ja. Wir hätten echt viel früher damit anfangen sollen. Wo soll ich Schneeberle hinpacken? Ich hab keine Ahnung. Ja genau, ruf sie gegen mich. Das ist, glaube ich, die Beste war. Ein Palmenboot. Meine Fresse, wir haben nichts von Palmen. Außer dieses Scheissboot. Was ist das eigentlich für eine Map hier, die ich gefunden habe? Siehts eher zu grün, ne? Wait, warum haben wir hier eine Map, die wir nicht erkundet haben? Weil ich immer wieder in Maps mitnimm, aber nichts damit umkam. Was? So. Weißt du was? Nee. Scheiss auf die Kisten. Ach komm, Bruder. Okay, dann halt nicht. Dann werfe ich die halt zu den anderen Karten in die Kiste und wir werden sie nie wieder finden. Perfekt. So, noch schnell sortieren. Fertig. Wir haben dort angefangen, wir bringen den Scheiss auch zu Ende. Aber wenigstens die erste... Okay, ne ist sie nicht. Schon wieder Steingras, was wollen wir damit? Ich weiß es nicht. Da können wir nicht einfach alles irgendwie auf den Müll werfen und jetzt neu anfangen. Haha. Blue Ice. Was wollen wir mit Blue Ice brauchen? Was ist denn da oben jetzt explodiert? In Blitz. Ähm. Asche. Was macht man mit Asche? Töten. Oh cool, ein Ascheblock. Willst du ein Ascheblock? Was? Okay, perfekt. Amber. Oh, der Amberblock sieht ziemlich cool aus. Das bleibt mir. Äh. Es gibt zwei verschiedene Arten von Blaubären, habe ich gerade gelernt. Das ist Holz. Ich verstehe mich immer mal, wie sie so für lange Zeit spiel ist und plötzlich explodiert oben wieder an die Welt. Äh. Es sind dann zweimal. Wo hast du... Wo hast du uns reingepackt? Äh. Zweite Kussion, glaube ich. Doch, schon gefunden. Wo haben wir sie gefunden? Warum ist denn... Hä? Achso, die mit Füll. tnt wo packt man die sandkiste drauf geschissen ich nehme jetzt mal alles mit und packe alles in eine kiste so dann packe ich jetzt alles von hinten nach vorne rein und dann sortiere ich von da aus weg ich sehe nicht immer zwischen 10.000 kisten an der laufen oh die hinteren vier sind leer der ferrari oh gott im himmel die eine kiste ist fast voll oh das scheiß fast cool ich habe zum ersten mal anscheinend ob sie im winter zu hündet wo tun wir die drachen keine ahnung okay cool hier war dann bei doppelkisten habe ich gerade alles von jeder reihe rein wo ich finde ich bin gerade fast fertig geworden damit die alle auszusortieren alle kisten vorne und jetzt kommt sowas ja jetzt musste ich nur noch auf die zwei hier konzentrieren sonst sind alle leer da ist schon wieder eine map die wir nicht erkundet haben komm mal zu den anderen rein die wir nie wieder finden werden okay nur noch diese zwei doppelkisten doppelfeld redstone 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 sicherheitshalber geh nochmal alles durch sicherheitshalber geh nochmal alles durch ja da sind das alles deine tools die wo hier drin liegen ja ja damit ich die wieder finde okay ja wir müssen auch noch von den zwei hier aussortieren ich habe mir so viele schneebälle bekommen die hier ich weiß nicht ich werde nicht wieder schneebälle in unseren truen sehen ups lass mal mal hin okay ist wirklich jetzt alles leer bis auf die zwei drüben zuhörlich ist das da hinten ach so ein creeper diese ganzen klamotten scheiße kann man doch alles wegwerfen oder nicht zack 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 so was das lustigste ist irgendwo muss mein helm sein ich darf ja dann wenn ich den weg gemacht habe für deinen kopf der muss in irgendeine kiste chillen wo kommt eigentlich sand hin in die sandkiste wir haben eine sandkiste ja eine extra scheiße für marmor haben wir eine scheiße für marmor weiss ich nicht oh da hinten oh gott was geht da ab ich wollte gerade schon fragen worum der netherite drin liegt was dieser scheiß schlackensteine liege schlackensteine ja pferderüstung rüstung kiste für rüstung ja da wird dann hier voll in die feuer oh ja da muss das hier raus ähm hä wo hast du dir doch einen scheiß hingetan ähm mob drops ich habe gerade das totem auf andeigen aus der kiste genommen habe dann wegen adhs ein bisschen rechts schick gemacht und ist es weg vielleicht ist es verpackt oder es ist verbraucht warum habe ich jetzt wieder dieses verschissene stone grass geh hier in der ecke und schäm dich äh wo soll der ton hin ähm in die äh sandkiste wenn ich mal ein netter drücken ja das könnte man nicht das darf ich hab keinen Spaß, okay, kannst du das bitte weg machen ich bin jetzt schon oben, wenn er jetzt gerade so sterben, Alter ist noch am ausrasten Feueralarm und dass du das Nether-Drachenei mitgenommen hast äh, Nether-Drachenei, nicht Nether-Drachenei Nether-Drachenei, nicht Nether-Drachenei also beim Nether-Zeug ist es nämlich nicht doch, da, hier gleich in die ersten Kiste ach, da und? ne, ich hab auf mein Nether-Drachenei geschaut ja, ich hab ja kein Nether-Drachenei dabei warum wird der anders bevorzugt, der kommt ja auch zu seinem Bruder ich find die scheiß, ja vielleicht hab ich die aber irgendwo platziert, ich weiß es nicht mehr why the fuck haben wir so viele Ether-Drachen, ist doch shit, Digga ja, weil die findest du überall wie viele Drachen gibt's eigentlich? es gibt noch einen Forest-Dragon einen Ghost-Dragon, einen Ice-Dragon kommt drauf an welche Dragon-Mount-Mod du hast, es gibt zwei ja, Dragon-Mounts Legacy es gibt Dragon-Mounts-Einei-Legacy glaub ich und dann gibt's noch zwei ich glaub wir müssen zwei haben? ne, wir haben äther Drache, Dragon-Mounts-Legacy ja, ich bin im falschen Gang so, was ist jetzt noch ein End-Drachen, es gibt noch einen Feuer-Drachen es gibt einen Forest-Dragon, es gibt einen Ghost-Dragon einen Ice-Dragon und wir haben die fucking langweiligen drei ne, der End-Drache find ich jetzt nicht schlecht ich find den langweiligen ging es als einem Geist-Drachen und einem Eis-Drachen touche also, das sind noch das ist der restliche Shit ich hab keine Ahnung, wo das alles hingeht ich hab'n Plan es sieht nichts wirklich wichtiger aus, verbrennen wir's ich hab'n Plan oh, wir haben da ein Erfahrungsfläschchen und Traum des Glücks A ein Scriptures WOIG A%&%&%%&$%&% can am employers StIM OIC A%&%&%&%以h E&%&%%&&%&%&%&%&%&&%&%&b caair e&%&%%&%&%&%&&%f%&%&%&%&%&%&% vẫn A%&%&%&%&%&%&&%&% ?&%&%&%&%&%&%&%&% aber aufgeräumt ich habe noch ein trank des glücks wo soll ich den hin tun gute frage ich kann hiermit nicht mehr leben es sieht der rüste aus oder man braucht das tote töte mich erlöse mich vor meinem leid ich bleibe dabei ich bin kein arzt schön bin ich endlich den speed los halleluja das ist die wand der erinnerung da wird die das scheiße gegen ja wir sind fertig gut ich sage das war es für die folge lasst ein like und ein abonnen wenn es euch gefallen hat chapelle ist gerade bei mir vorbei chapelle hat der twitch-kanal vorbei morgens um zwei bis auf die zwei tschüss Hm.